Hopp. Ich lasse mal meine Mütze da liegen. Ich hoffe, du findest die nicht. Das wäre auch mies, wenn man etwas findet und da ist dann halt eine Mütze und, äh, ja, wundert sich. Hä? Was ist das denn? Ich hebe es mal auf. Ah, gut, dann könntest du es eigentlich auch noch steuern vielleicht. Dreier. Vierier. Ach, da ist das Letzte. Hoppala. Das haben wir voll gut. Dann machen wir die letzte Kerze, die hier, gleich, aber erst mal den Tresor. Drücke die Kreistaste, um den Code einzugeben. Ich bin ja dabei. Wenn ich meine Hausaufgaben richtig gemacht habe und ich mache sie immer richtig, muss die Kombination 5, 8, 8 lauten. 5, 8, 8. Okay. Halt, nicht 5, 7, 5, 8. Faszinierend! Kelly McCubas Aufzeichnungen zur Nutzung des elektrischen Feldes eines rollenden Waschbärs Jetzt hat es eine Waschbärenrolle erst so richtig in sich Und es müsste eigentlich ganz nett kitzeln Eine Waschbärenrolle mit Elektrizität, wie soll ich mir das vorstellen? Durch jetzt hier unverbundbar werden und kann durch die Gegend tatsächlich Nett Ich hätte gerne noch irgendeinen Bonus auf meinen Doppelsprung hier Was für einen, weiß ich nicht, aber ich hätte ihn gerne Na gut Uh Der paranormale Scanner spielt bei der Struktur dort total verrückt Ein Wert wie dieser kann nur von Miss Ruby selbst stammen Ich denke, du hast recht, Slide Wenn du dir Miss Ruby vornehmen möchtest, musst du einen Weg ins Innere des Schädeltempels finden Easy, mach mal Yay, Sliden wieder Deswegen Slide Ich weiß, war nicht so gut, egal Ich hoffe, hier gibt es nicht auch noch irgendwelche Mobs, die mir großartig Gefährlich werden können Heute Abend ist das Voodoo der Fall Lass uns das mächtige Motto nutzen und die Produktion steigern Füllt weiter glämpfende Knochen in die Suppe Bis morgen haben wir eine Armee vor Geistern Und bis Ende der Woche haben wir Mexiko errobert Habt ihr gehört? Voodoo-Kinder Andere Familie wächst Und wächst Vollkommen bekloppt, die Alte Was ist, wenn ich jetzt die Kerzen hier einfach ausmache? Passiert hier was? Das wäre mal interessant zu wissen Damit passt jetzt schon mal nichts Okay So, hier oben kann ich auf jeden Fall langsliden Okay Nichts passiert Alles super Hier haben wir noch was Zack, zack Was ist das? Ich kann mir nichts anhaben Ach, da kann ich langkriechen und so eine Späße Okay Nö, dann gehen wir erstmal da hinten hin Yay Yeah So Huh Sieht ja schon gefährlich aus Ah, da links sind schon die ersten drei Geheimnisse Was ist mit diesem unglaublich robusten Voodoo-Tor? Miss Ruby scheint wirklich etwas fernhalten zu wollen Oder vielleicht versucht sie etwas drin zu behalten Ja, wohl das eher Äh Hm Kann ich hier dran hochklettern? Das sieht nämlich so ganz typisch danach aus Ja, wahrscheinlich Äh Geht hier unten noch irgendwo was lang? Ich glaube nicht, ne? Hallo Scheiß Kerzen Wer braucht die schon? Ähm Ach, das soll Haken so Ach, du Gute Güte Ja gut, was natürlich ist, ne? Hm Ja, was muss man dazu sagen? Wow Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier passiert Ui Okay, halt Stopp Boah Hä? Was? Ach, hier kann ich auch lang Hm Interessant Dass ich das jetzt einfach so einsammeln könnte Im meisten Fan ist es ja eher so Äh, nee Und dann so jetzt doch Ja Gut Gut, da unten haben wir noch Haufen Geheimnisse Ich glaube, man Da kommen wir gleich hin Hä? Kann ich hier durch? Ja Ah Nein Zum Glück macht mir das Wasser Aus Wäre natürlich doof, wenn da ein fettes Krokodil drin ist, ne? Ah Weg, 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 weg Ach du heilige, was null ist Das nennen ich jetzt mal, äh, Monsterangriff Ich hab mich aber nur leichter schocken Ja, das ist halt Wenn man es nicht mehr richtig kennt, ne? Oh Halt Ach du Okay, da hätte ich jetzt wieder Kreis drücken müssen Ich hab gedacht, der geht automatisch wieder loben Down halt nicht Oh, schön, Speicherstand Hier ist nichts weiter Können wir uns hier ranhangeln Hopp, 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 und Ach Geil so Hinten haben wir wieder so eine fette Mücke Nein Ich liebe es Zum Glück haben wir uns das damals geholt Ui Ui, war das gut So Ja, bei die Mücken kann man das schlecht einschätzen, wo die gerade ungefähr sind Oh Kann ich jetzt hier einfach so Ja, kann ich Nein Ach nee, ernsthaft Ah, schnell hoch Okay Klappt so leider nicht Oh ja, hier ist was riesiges Schnappig Wird ne Art Riesen-Kropo sein oder sowas, kann ich mir gut vorstellen So, Mist, sollte es das sein Ui Ach, da drüben haben wir noch ne Speicherstation Hier haben wir noch ein paar Geheimnisse Jetzt brauchen wir noch zwölf wieder Bestimmt so ne Art Zwischenboss oder irgendwie so Können wir zumindest gut vorstellen Na, komm nach Ui, war das knapp So, das hat man jetzt Komm ich da ran? Ja Ah Ah Am wenigsten bin ich im Wasser jetzt gelandet Ah, schnell wieder hoch Nein Hallo Mensch Sly Oh, was macht denn der Jetzt hab ich's Meine Güte Ja, das Wasser bewegt sich jetzt immer mehr Das Teil weiß hier, ist irgendwas Gutes Was man fressen könnte Oh Gott Oh Gott Ach du Heilige Nein Nein Oh Oh Ah, schnell weiter Ich hoffe mal, ich hab jetzt Ah, holy shit Ich hoffe ich hab jetzt alles eingesammelt Aber ich bezweifle es stark Ah, werden wir gleich sehen Nein Uns fehlt eins Wo könnte das denn sein? Hätten sie das nicht hier irgendwie am Ende platzieren können? Ach man Puh Ja Wo sie wird sein? Ich weiß es nicht Dabei war ich der Meinung Ich hab alles eingesammelt Das einzigste was sein könnte Wäre hinten Wo die Schlingpflanze war Wo ich so hastig leider gewesen bin Na ja gut Kann ich das vielleicht mal versuchen Nochmal zu machen Wenn ich das mal offline spiele Dann kann ich Äh Euch das zeigen Was ich vielleicht wieder eingesammelt hab Hallo? Achso Das ist ne Dings Alles klar Puh So 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 Ach das ist eins dieser Schlösser Aha Genau hoffentlich Da komm ich noch nicht hin Aber von hier aus Komme ich da wahrscheinlich Lang Oder? Ne Das ist der Weg zurück Von da bin ich gar gekommen Ich muss jetzt aber Hier hoch Hier hoch zum Beispiel Genau Hier bin ich richtig Ist bloß die Frage Wie komme ich da hin? Ah Natürlich So geht es am besten So Hab dich Blödes Murmeltier Ratte Oder was auch immer du bist Hoffentlich bekommen wir jetzt hier die ganzen Seiten Oh schön Dass ich auch mal irgendwelches Gestreuch wegmachen darf Halt Da oben ist auch noch ein Haufen Zeug Na gut da oben ist ja auch noch ein Panzer Äh Panzer Save Das dürfte nicht so schwer werden Ja danke das habe ich gerade selbst gemerkt Ja das habe ich dann auch gemerkt Danke das habe ich auch gemerkt Bentley Aber ich war schon ein bisschen schlauer Im Gegensatz zu dir Und da oben war noch ein Grabstein Habe ich gerade gesehen Da werden wir auch noch hinkommen Nur Dauert das jetzt einen kleinen Moment Und natürlich Gucken uns die Schädel ein wenig an Ah schön Ja safe Okay das haben wir Hier kommt wieder Energleich angekrochen Ah weg damit So Ah Ich vergesse immer wieder Dass mir Wasser eigentlich nichts anhaben kann Aber trotzdem Man muss es ja nicht unbedingt provozieren Ah Seht ihr mal Da war gerade noch ein Hinterhängnis Ach so Gut ich guck mal jetzt hier Da ist nichts mehr Hallo Da ist auch nichts Und da auch nicht Okay Puh So Ähm Zack Ach du Heiliger Das sieht mir ganz nach einem Arena Kampf aus Naja fast Okay Einer nur noch Schön Hat funktioniert Muss aber auch echt Hier Die Vierecktaste Beziehungsweise die X-Taste Auf dem Xbox 360 Controller Muss ja regelrecht zuspammen Leute hier Das schaffst Warte mal Hier sieht so aus Als wäre Ne da ist ein Stock hier Sah so aus Als hier oben auf dem eben Totem Irgendwas sein könnte Was haben wir denn hier Ah wir könnten Drüben auch noch reingehen Oh wir gehen erstmal da an So einmal ringsrum Denn jawohl Hier ist auch noch Geheimnis 40 Stück brauchen wir hier Hier ist es nicht ganz so schlimm Hier kannst du nämlich gerne mal Hopp Naja okay Was auslassen Dann kannst du nämlich wieder zurück gehen Aha Okay ich hab gerade die Gelben Strahlen gesehen Das sind wahrscheinlich diese Sicherheitsdinger wieder Ja Dürfte Knüffelig werden Seine ich hab hier irgendwo Bisschen Platz Ja hier Okay gut Ich bin ein bisschen schneller Wie die Strahlen Aber man Muss ja nicht unbedingt Das Glück herausfordern Was ist das denn Da ist ein Schädel Da können wir wahrscheinlich ran Und es hochklettern Gut ich hab mir jetzt vielleicht nicht die Beste Lücke hier ausgesucht Geht schon Ah Da geht der hoch runter Hopp 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 Ah hier haben wir den Alarm Weg damit Jetzt muss ich bloß nochmal Mich hier halbwegs umgucken Dass ich nichts vergessen hab Da drüben auf den Löchtern müssen wir auf jeden Fall hoch Hier war jetzt auch nichts mehr Ne Gut Gibt's hier noch irgendwas Nein Und das die zwei Hoppala. Jetzt will ich Bär noch runterfallen. Was? Ja. Noch ein bisschen. Sehr schön. Ich werde noch hier bestimmt gleich wieder irgendwelche Spinnen kommen. Aber erstmal kommt das. Und natürlich eine riesige Mücke. Das hätten wir... Jetzt muss ich überlegen, wo muss ich hin? Okay, da muss ich schon mal nicht hin. Aber das so aussieht hier mit dieser Liane, dass ich hier rüber laufen kann. Aber das ist es nicht. Also ich muss hier lang. Oh, war das knapp. Immer noch 18 Geheimnisse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch so viele existieren, aber okay. Ah! Alles klar, wie soll ich das machen? War das der Schwert? Nein! Okay, ich habe es irgendwie geschafft. Puh. So, da drüben noch die drei Geheimnisse jetzt holen. Und dann... Da drüben sind auch noch drei. Wie komme ich aber denn da hin? Jetzt muss ich gucken. Ich muss doch irgendwie... ...dorthin kommen. Hm. V.A. geht da ja... Natürlich, da muss ich doch irrieren. Ui, war das knapp. Das... Ich kann aber auch nicht. Hä? Ah, jetzt funktioniert es. Warum auch immer es voll nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Jetzt ging es auf jeden Fall. Nö, dann ist es okay. Da habe ich nichts zu beanstanden. Ah. Muss ja nicht unbedingt sein, dass wir uns an... ...so einem kleinen Feuerchen... ...äh... ...äh... ...ein Hufeisen verlieren. Das wäre dann... ...ja... ...ziemlich dämlich, kann man sagen. Oh, shit. Oh, shit. Wieder runtergesprungen. Niemals! Niemals! Gut. Da ist der Schlüssel. Dort haben wir noch einen Insekt. Das uns hoffentlich jetzt nicht zu sehr ärgern wird. Okay. Da drüben sind wir eingekommen. Dann können wir jetzt hier eigentlich... Ach, stimmt. Jetzt sind ja wieder zwei. Oh, nein. Niemals, 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 niemals. Gut. Das war jetzt ein bisschen kniffliger. Aber kann man mal machen. Fünf Stück jetzt noch. Gibt es diese fünf Stück? Da drüben könnte es... ...möglicherweise soweit sein. Ja, zwei Saves. Könnte hinkommen. Natürlich nicht. Fehlt mir wieder eine. Ich küche gleich an die Barrikaden. Hä? Kann doch nicht sein. Wo habe ich denn noch eins vergessen? Dabei habe ich doch alles durchs Sucht gehabt. Äußerst merkwürzig. Da ist nichts. Ich würde sagen, da drüben. Aber da drüben komme ich ja nicht mal hin. Das ist ja das... ...einartige daran. Nee. Vor allem... ...hier sind ja so viele Plattformen. Warum auch immer. Drei, vierer hätten vielleicht zugereicht. Joa. Komisch. Jetzt hier irgendwo ist ja auch nichts mehr. Das ist ja auch bloß ein Riesengrab. Ach, warte mal. Wir können doch mal... Okay, hier ist auch nichts. Gut, ich werde euch das jetzt einfach mal passiv suchen. Und bis dann wünsche ich euch dann noch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.